Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die makedonischen Könige Philipp II. und Alexander der Große beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspielen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die makedonischen Könige Philipp II. und Alexander der Große. Der makedonische König Philipp II. kommt im vierten Jahrhundert vor Christus von seinem Staat Makedonien im Norden von Griechenland aus seine Macht mit Hilfe der makedonischen Armee auf große Teile Griechenlands ausdehnen. Makedonien im Norden Griechenlands wurde zum mächtigsten Staat in Griechenland. Makedonien wurde die Vormacht in Griechenland. Unter einer Vormacht versteht man zum Beispiel das militärisch oder wirtschaftlich mächtigste Land in einer bestimmten Region. Philippson Alexander errichtete im vierten Jahrhundert vor Christus durch seine Siege gegen das Perserreich unter seinem König Darius III. ein Weltreich. Alexander starb im Alter von erst 32 Jahren in Babylon im heutigen Irak. Aufgrund seiner großen militärischen Erfolge und seinem enormen Einfluss auf die Menschen seiner Zeit wurde Alexander bis heute vielfach auch mit dem Beinamen Alexander der Große bezeichnet. Alexander wollte in seinem Reich die Menschen der verschiedenen Völker und Kulturen ein sogenanntes Vielvölkerreich miteinander versöhnen und ihnen ein gemeinsames friedliches Leben ermöglichen. Aus diesem Grund heiratete er zum Beispiel selbst persische Prinzessinnen und befahl ca. 10.000 seiner griechischen Soldaten persische Frauen zu heiraten. Diese von Alexander angeordnete Vermählung fand in der persischen Stadt Susa statt und wird deshalb auch als Massenhochzeit zu Susa genannt. Die kulturellen Unterschiede zeigen sich unter anderem auch darin, dass Alexander in Makedonien als König Befehle gab und in Ägypten und Persien wie seine Vorgänger die Pharaonen persische Großkönige sogar als Gott verehrt wurde. Nachdem Alexander im vierten Jahrhundert vor Christus im Jahre 303 vor Christus gestorben war, wurde sein Reich unter einigen seiner Generälen die sogenannten Diadochen aufgeteilt. Im Laufe der Zeit konnten sich die Herrscher dieser verschiedenen Diadochenreiche nicht mehr an der Macht halten. Am längsten konnte sich das Diadochenreich der Herrscherfamilie Pethelomäer in Ägypten halten, deren letzte Königin Kleopatra im ersten Jahrhundert vor Christus starb, nachdem das Land von den Römern erobert wurde. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die griechische Kultur und der Hellenismus.